So, wir sind hier wieder bei GTA Online und mit dabei ist der Benni. Guten Tag! Und voll die krasse Hardcore BMX. Keine Ahnung, Kater heißt es. Mal gucken, was uns erwartet. Ja, wird bestimmt... Oh Gott. Ja, gut. Sieht gut aus. Adi, ich weiß jetzt nicht, was du kannst. Ah, 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 Alter. Okay, passt schon. Ist krass, Adi. Mann, ihr schmiert den In-Game-Sound nicht. Hä? Hast du dann in der ganzen Folge keinen In-Game-Sound? Ja, so schön. Ja, ey. Ist es dann so, oder was? Ja. Dann läd sie die gar nicht hoch. Ja, ich schneide Musik rein. Ist schön. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ich der Gast veröffentlicht... Öffne, dann ist es halt so. Aber du kannst schon aufnehmen, äh, mit ohne... Ne, mit Sound, oder? Ähm, ich glaube nicht, dass der Sound dann da ist. Vor allem ich beim... beim... Warte. Jeff schaut jetzt zu. Ey, Jeff. Ne, es gibt keinen Sound. Ey, was? Äh, alter. Gar keinen. Ne. Also es ist echt... Ich bin nicht drauf. Und wenn du, äh, mal schaust, an was es liegt und es dann irgendwie... hä? Hä? Ich kapier's nicht. Sorry, aber ich kapier's einfach nicht. Bitte. Ach, Adi, du ist schon weiter. Okay, sehr nice. Ja, ich springe von Haus zu Haus. Wie soll das denn? Du musst jetzt springen davor. Ja, ach. Wow. Irgendwie macht er das aber bei mir nicht. Hä? Oh nein, man hört meinen X-Button wieder. Geil. Ah. Hä? Hä? Der springt einfach nicht bei mir. Hä? Was ist das denn? Adi? Hilfe. Was? R1. Ja, ach. Der macht das irgendwie bei mir. Pfff. Fallschirm, Alter. Lell. Oh man, ist es scheiße. Jetzt wollte ich eine geile Folge machen, jetzt geht der Ingram-Sound nicht. Das ist doch... Wart ist das. Das ist doch short ist das. Wie der da sitzt. Hä? Ja, das war jetzt voll laschtes Rennen. Ja, toll. Aber vorhin war das ja hier. Ja, ist okay. Du hast eine Einladung erhalten. Party von Jeff. Ja, ich auch. Ja, toll. Ich in der Aufnahme. Ja, hier. Hier kriegst du. Hier. Hier. Yay. 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 Ich werde nie mehr respawnen. Ich werde nie mehr respawnen. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich bin heute voll der Skiller und so. Ich habe sogar, äh, es ist sogar vorher ein Missgeschickt passiert. Und zwar habe ich mein, äh, schönes Orangensaftglas einfach so durch die Gegend im Halbzimmer geworfen. Und es hat zum Glück nichts getroffen, außer mein iPod und mein Handy. Aber, äh, ich habe Glück gehabt, weil wenn das auf mein Mikrofon gegangen wäre oder auf mein Mischpult, dann wäre es aus gewesen. Okay. Da gefällt mir. Ja, mir auch nicht. Wollen wir eine Freisitzung und dann ein bisschen Action oder so? Ja. Wollen wir eine Freisitzung oder Action hier? Ey, dann kommt Jeff in unsere Sitzung. Ich muss immer, ich lade den jetzt ein. Kann sein, dass er kommt. Ja, er kommt. Oh. 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 Oh, Leute. Oh, Leute. Soll ich bei mir leise in der Aufnahme? Ich glaube nicht mehr. Oh. Oh. Also, warte. Ich mach mal kurz, äh, Stopp bei der Aufnahme. Okay. Dann. Ja. Und übrigens vielen Dank, Leute, an, äh, ja, das war jetzt laut. Äh, ja, vielen Dank für 4000 Abonnenten, Leute. Ich werde auf jeden Fall noch ein Special machen, weil das ist echt richtig krass. Das ist eine Riesenzahl für mich. Und, äh, ja, wirklich richtig krass. Und, äh, anscheinend, habe ich jetzt so gesehen, steht ihr auf... User in your channel started recording. Ja, passt. Ja, ja, du kannst, ja. Äh, steht ihr auf Human Labs irgendwie voll, weil... Ihr müsst euch Human Labs, äh, feine mal anschauen, wenn ich's noch nicht gemacht hab. Und müsst mal die Klicks betrachten und auch die Likes, Alter, was geht da ab? Das ist... lol. Einfach nur lol. Na, weil dir geht's echt ab. Ja, gerade explodiert mein Channel irgendwie hab ich das Gefühl. Und ich mache Bunny Hoppe oder was auch immer. Hallo. rot Euro! Kürt war so fort, ihr habt... was Loll! Ey, ist Jeff in meiner Sitzung, nein, du bist in meiner Sitzung, hä? Ich lad den ein... auch hier ich springe auf sich drauf ja schlag mich jetzt gleich Prozent ich kann hier ein paar schon der Wiener umgefahren aber noch mal drauf getreten ich habe nur noch kein Leben als Paar ich habe erst jetzt anbefangen aufnehmen Achso ja bei mir klappt das nicht ja Prozent hallo Leute von Adi alle Community von Adi also jetzt nicht dass ihr euch wundert dass ich oder denkt dass ich das irgendwie verkackt hat bekommen sondern es ist irgendwie gerade komisch bei mir immer wenn ich der Garten starte der Garten starte er ist der Ingame Sound also der komplette Sound von der PS4 einfach weg war er auch erst seit ein paar Tagen irgendwie Adi lass mal Adi kann man irgendwie BMX auf irgendein Auto laden komm zeig mir dein Tattoo ich will es jetzt mal sehen ja da ist so steigt wenn übrigens auch hier sind für die da sie ist hier ich mach den bisschen mit Sitzung ich hab da zwei von aber das eine sieht man nicht wo ist denn jetzt hier so ein Tetonierladen Sama kann man sogar kann man kann man kann man Prozent die BMX Räder auf irgendein Prozent Wagenladen und damit dann auf Montpellier fahren der Arling auch so ein ähm zu einer Ladefläche hinten drauf also zum Beispiel ja zum Beispiel meinen Tab Star oder man ist ja ich glaube schon er weiß was dann wohl ich nun mal ja springen auf ein anderes Auto drauf das muss man halt nur schaffen und dann die Challenge das wäre mal das wäre irgendwie mal die Richtigkeit so Leute übrigens so bewege ich mich auch in real life fort immer mit springen und dann fliege ich genau so vom Fahrrad weil ich immer genau gegen den Pfosten fahr und dann habe ich auch meine Tage und verliere so viel Blut hier genau so viel ach so ja alles ich bin ich kann auf dem Boden tatsächlich Thomas macht er da auf dem Boden alle und jetzt wird alles sind vor die Penner hier zu die Unierbe es ist es ist angehenswert ich hoffe jetzt weg ich bei den Hopp in Zander die Leute von der Garten wenn ich stimmt da was ich glaube dass er jetzt ist aber in dem Schilder für die Weile sind bei jeder Garten der PIS 4 ich denke ich dass das andere Garten liegt haben ja vielleicht steckt so mal auf ja gut aber das liegt dann an meiner PIS 4 nicht in meiner Garten nicht und werden soll es an der Garten liegen okay gut okay gut Adi Adi ich hab Prozent ich bin die Spielsauce nicht so wie du auf sondern ich hab das ja alles beim Mischpult und nehmen das ja alles über den live Kommentar und du nimmst es über das Spielsauce Korn muss im Mischpult holen wie bei Sonne Schülwürse Notenkopf was steht Röntgen weil sie sich anhört in dem Tunnel Regal die Klinik für mich geflogen ist abhält wo wir brauchen mal endlich wieder so eine richtig geile Crew mit richtig vielen Leuten ein blau m du glaubst Reden was die Augenweißen richtig voller dem ist jetzt aufwendig oder die Möcke ich habe gerade nach Hause sie muss sie eigentlich nach Hause zu haben nicht vergesst dass ich möchte Mechaniker hatte mich bringen kann ich verlieben das kommen Leute soll ich dass sie als Natur machen und ich mache ich aus bitte sehr so okay ja ist okay kommt es ist er ja die weißt du was das geht gar nicht weil das Fahrrad wird ja als persönliches Prozent Auto angezeigt und als persönliches Motorrad auf der Map also geht es nicht dass man Prozent das Fahrrad auf seine eigene Karre lädt da sind ja dann müssen wir liegen in den Autos finden ja das das ist so bei Dienste Militärplatz oder bei Montschild in der Nähe also habe ich schon gesehen die die probier es mal und jemand kann tatsächlich geht das jetzt nicht das ist du besitzt ein persönliches Fahrzeug der Alkohol steht nicht alle versuch hat das ganz woher haben Kassen von L.A. oder Los Santos äh hast du hast du hast du hast du einen Jobber ja man wow wie geil was hab ich einen Jobber ja ich hab grad mit der Tussi gekuschelt äh ja hast du einen Jobber äh ne recht nicht kauf dir einen wirklich? ja unbedingt weil wir ich mir jetzt äh meinen Jobber raus hole und dann machen wir eine Jobber Tour auf dem Montiel und fahren dann wieder runter weil wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit wir haben nur noch wir haben schon ziemlich lange gezockt jetzt also wir haben schon 12 Minuten also ich zumindest in der Aufnahme ich mach dann ja wir machen dann bisschen Überlänge für dich also ich mach das Überlänge wo bist du mit deinem Jobber? ja ich komm ich hab grad Garage gewechselt weil der Jobber in der Garage steht so ich versuche das dann zu machen wenn die auch super gut warte mal wo steht der oh da steht ja die Innovation Richtig geiles Motorrad auf jeden Fall unbedingt kaufen Innovation? ja merkst du mir ganz schön ey Adi was? warte mal so ähm warum zeigt er den Motorrad Helm an? damit sollen wir die Tür machen ja hol den Jobber Motorrad Helm anzeigen aus ok ich sehe es die auf dein Motorrad nein ok dann wo ich mal mein Motor raus ich glaube ich habe sowas eine Harley 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 ja und was ich euch noch sagen wollte Leute ich bewerbe mich jetzt bald bei Studio 71 äh weil ich finde es ist einfach das beste Netzwerk es bietet richtig richtig viel ähm und ja werde ich mich bald bewerben mal schauen dass du mich annehmen wäre richtig geil äh ist nur zu empfehlen wenn ihr einen YouTube-Kanal habt oder so dann äh aber was war noch mal das äh mitfühl muss man haben 500 500 Abonnenten müsst ihr haben dann könnt ihr euch bewerben bei Studio 71 und vielleicht äh sieht man sich ja da mal weil ich äh bin dann Prozent hin und wieder in Köln deswegen also Gott hat Vorsicht gut aus hast du die hast du dich schon getunt die Jahre ich habe Krumm glaub ich drauf gemacht es kann trocken ist kein Krom oder das war kein Scho wenn man es kurz kurz zu so bei dir so Prozent Gold ist es beim Kroben stimmt sie ist gar nicht mehr so schlechter Jahr was schon erwartet hier muss jetzt mal jeder weiß auch Kroben das ist ein das ist Adi Komet wagen hat die Gangster tun mit schwarzen Helm warte warte ja mann also übrigens ist das umblende die kursie auch verlinkt und das ist ja cool ich fahr ohne helm was hab ich für einen Reifen fahren rot geil ja ich hab extra übrigens grüne gemacht 2 das passt ja alle man kann an den Kanal fahren aber man ist er gut war immer mach ich ja mal mach ich ja mal ganz kurz Prozent dem Motiviert wenn man Rennen dahinten nee kein Bock nein so manche wird wo war das hat schon markiert du kannst mit der Herzen wenn du willst ja äh Adi schau mal was so ja okay das war jetzt bisschen stark leider etwas ja bohr aber nur dezent zu viel ja 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 es geht schon ab das Teil aber die Kurven sind nicht so einfach finde ich jetzt und jetzt kommt mir ein Auto entgegen ich wusste es ja ach so wir haben die Handbremse auf A okay die haben die geändert auf was auf A auf R1 hä das ist doch schon immer so da ist doch schon immer ne Handbremse so drifte mann wusstest du das nicht ich hab immer mit x was das geht voll scheiße die Handbremse ist ja R1 ist R1 ist äh eigentlich glaube ich Handbremse oder das war schon also es war auf PS3 auch schon so okay ja so bin ich immer gedriftet so driftet man eigentlich auch ja man ja Adi äh ja ich hab's leider versäumt weil ich nicht auf die Map schaue aber passt schon ich fahr hier runter h durch die Beine auch Gott nein ich bin 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 und gepanzerten Anzug ja ist ja ist wir wollen können auch noch weiter machen ja klar dann kommt Serie A ja ja wir haben schon die Finale für die Models nicht mehr als generell ja die Finale von den Finale heißt es ja ja genau ja ja ich komme hier nicht doch ich komme kommt den jetzt da hoch doch das war gerade kleines bisschen verzögert aber passt schon macht ja nix mach ja nix äh ich kann äh ich kann äh Adi schau mal wie ich auf meinem Motorrad sitze ich weiß es nicht ich weiß es ist das so aufgestiegen die Euro die schicht er dort ist geschafft wurde zu zu stehen ja klar ich bin runtergefallen natürlich so passt schon ja ja ich habe ein paar Bäume weh hier aber gut aber die 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 sind ja 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 hallo neben dir ach so genau was denn weißt du weißt du ich bin an den Baum gefahren dann bin ich runtergeflogen weil der Halle ist in den Bach reingerutscht und ist das kaputt und jetzt ist das einfach kaputt im Bach genau weißt du das ist mir auch noch nicht passiert im Bach im Bach ich bin sicher im Anrufe ich bin im Bach ich bin im Bach also wer hat es erlaubt in den Bach einfach zu rutschen sie ist respawn alter Leute wo ist sie denn respawn ab er ist bei mir sport für ich habe ich das jetzt gemacht das ist geil ja genau es geht nicht es geht nicht ich habe mich auch nicht dran es geht ich falle steig auf steig auf steig auf steig auf steig auf steig auf was so ey wie bin ich bin ich jetzt über die drüber gecruist oder ja schön hallo ja gut jetzt ruf Mechaniker an ok du setzt jetzt mal her auf ok E1 bitte äh 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 n 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 bist bei mir grad voll hochgeflogen Alter jetzt ja genau jetzt bauen die da hinten ja ich bin auch erstmal fluss jetzt wie du da runter wirst ich bin nur runter wirst ach wie das da wie das da wie das da wie das aussah Alter du so Arke da jetzt steht die Teilten die Schmerz die Heiligemanns und eine Sache und dann wird die Saison er hatte die Richter für die Bau so wie die Runde gefallt er herr geht vor bei mir muss wieder ein Auto kommen passt schon ist ja nicht so dass es die gleich kaputt ist aber auch okay die die Kuh da 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 vollkommen kommt schon mal die Verhaltung ich müsste übrigens auch verlinkt unten richtig geile Band ja bei mir leider nicht haben das Band nennen Gruppe Musikgruppe Innovation geht echt gut warte zumal auf mich so schweige Priester so ein Rocker Freund ich habe seine Hade im Schleif hallo 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 wenn ihr ja wartest du jetzt mal oder wartest du jetzt mal was war es doch eben bei mir was ist denn warte jetzt auf mich meine Haare ist mir gerade unter dem Arsch rausgeflogen er ist rausgeflutscht sah ziemlich vorteilhaft aus kruzifix doch aber jetzt macht da den Weg frei ja der ist klar wir reden äh nein bitte nicht bitte nicht ich das knapp ja der Baby warte jetzt auf mich hier zum Beispiel werden hier ist ein Auto ich muss ihn mal kurz berühren der Rebell fährt doch wieder so ah 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 alter hier guck dir da kann man Fahrrad drauf raten er ist einfach dagegen mein Motorrad steht noch er h h h h h also ich hab die Baumstippe zum Kullade gebracht alter guck mal die Baumstippe Kullade alter euer h 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 Oh Gott! Durch den Tunnel! Entschuldigung. Äh, Alter! What the fuck, was war das jetzt? Gangangriff oder was? Hä, meine Markierung ist WEG! Oh Gott! Alter! Bitte! Bitte nicht! Einhalten! Halt! Stopp! Einhalten! Boah, hier kann ich mich auch noch dran erinnern. Mit Tim habe ich hier mal einen Rally gemacht. Echt? Mit LKW ist hier mal einen Chiriot hochgefahren. Oh Gott! Warte auf mich! Ich bin so eine Trantin, das tut mir leid. Oh Gott! Oh Gott! Es tut mir leid, Freude, aber ich kann... Also wenn ich eislich kann, das ist Motorradfahrt, geht ja auch. Komm, ich fahre mein Ego jetzt. Ich auch. Oh Gott! Das ist jetzt mies, hier ein Ego zu fahren. Ne, das ist richtig geil! Dann wird es erst spannend. Ja, jetzt kann ich es schauen. Ja, jetzt auf einmal. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Komm hier hoch! Ja! Sie sind einfach so schwach, meine Arme! Ey! Oh! 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 Ich komm hier hoch! Ich komm hier hoch! Ich komm hier hoch! Äh, nein! Nein! Alter, das ist auch gar kein Chaos und so! Na nein! Ach, was! Hä? Wo ist denn hier der Weg? Guck mal, da ist doch gar kein Weg. Hallo! Da ist doch gar kein Weg! Wer ist doch geplant! Du musst... da drüber... kommen! Ja?! Nein! Ah nein! ich komme hier doch als ich will sich nicht mehr an und schweiz dazu ein ich guck es fällt sogar drunter so leute werden wenn der in games und gerade weil ich möchte nicht so für mich ist es jetzt wahrscheinlich normal laut voll ist so leise aber es tut mir leid dass ich kann es einfach nicht so regeln dass es auf YouTube dann passt wo bist du wo ist der Motorrad Prozent ich bin nicht komm hoch wieder mit der Motorrad nehmen ist grad voll krass hast du der Motorrad noch Vorstellungen ist echt gerade geil ja genau fahr an mir vorbei obwohl ich auf dich warte passt schon ich kann ich warte auf dich da in die Kette man mit Fahrrädern ja habe ich doch vorgeschlagen dass wir hochfahren und dann runter mit voller Panzer ja das hilft trotzdem nicht ich kann so rennen erstellen gut aber er ist mit ja herr und Mitternacht angekommen Adi alt alle kommt Warte 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 Adi 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 kommt zu mir komm zu mir komm zu mir wir fahren jetzt auf das Dach voll geil nein wir fahren jetzt auf dieses Dach hier auf das Dach ist jetzt die Challenge ja ist es wenn du mich jetzt herausforderst zu einer Challenge ne dann mach ich das natürlich ja das ist eine Challenge und ich war schon fast drauf ich bin ich bin ich bin Spannung und drauf hallo er geht das Leben die geht die die Hub ist dezent laut war so hier für dich am sichersten und schlafen bei WM 8 sind drauf ja ja genau wenn 4 schneller los ab okay und da fahren wir jetzt runter oder oder wo wolltest du runterfahren worum im gleichen mehr heftig ist die Witter auch Fakt was wo wolltest du runterfahren er einfach mir geradeaus ist dann kommen wir mal voll auf das komische dann ist tot Prozent das heißt tot also links runter oder was ich wollte eigentlich auf das Ding drauf nach ganz vorn und dann abspringen das ist Prozent auch tot das kommt sie sich nicht ja genau nein komm mal komm mal hier links 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 für den Kopf gegen die Stange er hat die werden beide sterben warte ich bin mal mehr Anlauf hier dann dürfen wir wieder runterlaufen boah ich kann mich auch noch dran erinnern mit Tim die erste Folge jaaa lel und ich kann mich noch dran erinnern äh Folge 9 hier mit dem Dubstar 6x6 von von Barracuda hast du dich erinnern? 3 ja das war auch richtig nice ja ich fahr von hier los weil dann hab ich mehr Chancen ok 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 den Weg ist worden den Großteil habe ich geschafft weil ich will sitzt bei mir draufkommt hier braucht die Hälfte ich wollte abspringen auf dem Fall das geht besser drauf sitzen da waren was Joachim Wanderlern Berge so so an zum Jahr Hallo war der Watt der Watt der Watt der Watt der Watt wo wir sind Prozent ich komme nicht hoch ab wo alt halt war sich ich hallo 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 Halt die Sammlung uns jetzt hinspringen nein Adi kommen her hierher hallo hallo hier komm her erst der Gau wo komm ich will hier ab er hätte ich bin da ich würde sogar unten ab welchen Existen aus heute Prozent ja Prozent passt schon so wenn jetzt Armin streichen so weit ist 33 die Schilder der wir schaffen weil wir nicht wie bin ich vorher gefahren ich bin glaube ich warte kurz warte noch kurz warte gerade noch kurz und in Künstlern und Sackermann da war auch nicht ab ich bin und meint ab weil ich sie überlebe es hoffentlich nicht überliebt ein überliegt nein ich will jetzt nicht doch nicht überliebt doch wenn ich sage mir bitte dort ich bin ich habe es für die siehst du ich bin von dem Stein ab und dann packt einfach den Fallschirm aus und dann mit dem Bauch und die wenige sagen oder machen Schluss doch bei uns schluss a Oh Gott, voll gegen Felsen. Ich habe den Fallschirm gezogen an der Stelle, wo du gesprungen bist. Ah, ich habe mein Motorrad wieder. Adi, komm runter, komm runter. Hier runter, bitte. Mein Motorrad raucht zwar, aber bitte. Ja, ich bin unter dir. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, aber gleich. Warte mal, wo habe ich den Fallschirm gezogen? Hier, oder? Ja, hier. Ich habe keinen Fallschirm mehr, verdammt, ey, scheiße. Nein. Okay, Adi, ich komme. Ich komme. Oh Gott. Alter, hallo, ich komme. Oh Gott. Neben dir. Einfach mein Motorrad aufgeschlagen. Hallo. Ich komme da angerollt. Adi, ich ziehe mich mal um. Das muss ja, ey, das muss schick sein. Hier, steig auf. Wolle ich mal, einfach mal, warte, 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 warte. Wir müssen hier nochmal, 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 nochmal. Hallo. Chill, Party, Party, Mama, Party, hart. Warte, ich muss jetzt kurz ein Foto machen, Benni. Ich dreck mich da drauf. Selfie. Ich bin noch warte. Ja, ja, ja. Noch ein bisschen hoch. Geht schlecht. Warte. Ah, noch ein ganz kleines Stück. Und ist drin. Ich bin direkt hinter dir, oder? Steig auf, steig auf. Steig auf. Warte, ich habe die Kamera. Okay, ähm, ja. So, ich habe jetzt Panzerung draufgepackt. Oh, 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 oh. Fährt die Wand hoch. Oh, oh, oh. So, dann wird es nochmal. Ich leide, Leute, dass es keine Camp Zone gibt. Jetzt wird es nochmal risky. Ah, oh Gott, wir werden sterben. Ah, Gott. Ah, oh, oh, oh. Eine Halle brennt schon. Nein, die raucht. Sie raucht stark, ja. Sie raucht gerne mal. Sie ist abhängig. Die eine oder andere, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die wird aber bald abhängig. Abhängig. Ich liege am Baum. Ich auch. Also ich umarmere gerne Bäume. Ich auch. Vor allem, wie ich da runterrolle, Alter. Ich komme. Ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh, der Zug, der Zug, der Zug. Zug, 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 Zug. Das wird unser Ende. Unser Ende, denn. Abflussende Folge. Oh, ich bin drauf. Nein, ich bin runtergesprungen. Ich deb. Ich bin drauf. Ja, ich war zu spät. Es war noch die Wagons da. Oh. Das war, ja. Ach, ja. Wo bist du denn? Äh, hier hinten. Nein. Weißt du was, dann nehmen wir gleich nochmal eine Folge auf, okay? Äh, ja, ich muss mal gut zur Pause machen. Ja, gut. Ich nehme durchgängig auf. Nein, du musst keine Pause machen. Aber na gut. Ja, gut, ja, würde ich sagen. Ja. Machen wir mal Schluss für die Folge, oder? Und dann, äh, wir müssen uns einfach den nächsten. Äh, und, äh, ne? Ey, ich hab nicht mal, Aua, ich hab nicht mal. Was? Wie hast du mich jetzt bekommen, Alter? Keine Ahnung. Hä? Hast du das auch so gesehen, dass du in die Luft geschlagen hast, dass ich umgefallen bin? Nö. Lol. Na ja. Ich hab dich mit einer Granate irgendwie erwischt. Ah, toll. Toll. Oh, mein Gott. Ja, auf jeden Fall geht's ja nächste Folge. Machen wir irgendwie wieder was cooleres, um dann, äh, in der Pause jetzt, wenn ich wollte ich mich gucken, ob ich das mache mit dem Sound vielleicht vielleicht mehr da ist. Ja, gut, weißt du was, dann, äh, beendet ich die Aufnahme auch. Genere. Aber weißt du, was ich vorher noch mache? Ja, tschüss. Von dir. Okay. Adi. Drei. Zwei. Eins.